Willkommen bei der CGEWO, mitten in der Kulturhauptstadt Europas. 1928 von Chemnitzer Handwerkern gegründet, stehen wir heute für modernes und individuelles Wohnen. Bei uns gibt es keine Wohnung von der Stadt. Und auch die Nebenkosten sind so gering wie möglich. Ihre Familie braucht mehr Raum. Für CGEWO kein Problem. Denn, apropos, einen Kirschgarten gibt es auch. Erinnern, erhalten, neu denken. Genauso geht Zukunft mit CGEWO. Durch energieeffizientes Bau und Sanieren in Chemnitz und dem nahen Erzgebirge. Sie lieben es? Charmant und mit Stil? Dann gönnen Sie sich eine Auszeit von der Stadt, mitten in der Stadt. Und das mit ganz viel Natur. So verabschiedet wird also das Stück mit CGEWO.